Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight Killer Line. So, ich habe mir überlegt, ich höre auf mit Rumjammern und fange einfach mal an, Killer laut meinem Random Hard zu spielen. Da denkt ihr, ich bin bedeutend bescheuert? Ja, Victor lösen. Was willst du? Verschwinde! Du musst umschmeißen! Danke! Danke! Komm her! So, Nummer 1. Wie sind wir noch hier? Aber ich habe auch schon meine zwei ersten Haken. Ja, und ich bin der Meinung, es ist egal, wie scheiße die Runden laufen, man kriegt trotzdem ein bisschen drunter. So. Ja, 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 ja. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, ich wende dich! Oh Gott! Danke! Jo! Pritzen! Ich mache dich! Nein, ganz verblöde. Schmeißen wir jetzt endlich mal die Palette um? Ah! 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 Naja, ich übe noch, ne? Das hat doch relativ gut mit Viktor geklappt. Ah! Oops! Ah! 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 Sehr schön! Nochmal klappt das aber nicht! Da ist bestimmt Flip-Flop dabei! Ah! Aber jetzt musst du umschmeißen! Danke! Jetzt hilft dir dein Flip-Flop nicht nochmal! Ich will das herausfinden! Sorry, Hasi! Also ich bin zwar zaghaft mit Viktor, aber es scheint ganz gut zu tun, wie... Oh! Wow! Seit Ewigkeit mal wieder ein Kill! Die heilen sich nicht? So, dann treiben wir mal hier dagegen, damit ich die auch schön sehe. Hier! Doch! Also, muss ich sagen... Ah, es kann doch bloß die Runde so gut laufen! Das heißt ja nicht, dass alle Runden so gut laufen, ne? Deswegen... Ah, die haben es geheilt! Die sind schlau! Ist ein schön weit weg da, Cem! Der wird auch benutzt! Nein! Jetzt mal nochmal! Schade! Ah! Ich sehe eine Klaudette! Und dann fassen die Arme rein! Oh! Das war jetzt komisch! Zwar alle schön eure Taschenlampe dabei, aber irgendwie... Risch, risch, risch! No! Ich habe noch 3 Chains übrig und habe 3 Kills... Cool! Dann kriege ich doch gleich mal richtig... ...Enthusiasmus! Wer merkt die Logik? Ich bin da nicht böse! Wer merkt die Logik? Ich bin da nicht böse! Ach, mein Йor! Ach, doch! Du, das tut meinem Ego auch mal gut, wenn ich ein 4 K habe! Sag ich das so, wie es ist? Hm? Ich hab's geschafft. Wir sind Zwillingen. Und ich hab Victor benutzt. Ach, Kackrücken muss es doch immer wieder schön rücken. Ich muss sagen, die letzten drei Rücken, mit denen wir uns wirklich völlig trinken. Die ist natürlich, die ist natürlich. Haben mehr. Haben mehr. Sehr schön. Gut, auf die Welt. Was? Warum? Ich verstehe euch nicht. Ah, du hab Trash. Ach so! Ich bin Müll. Wieso bin ich denn? Jetzt wartet mal. Jetzt nehmen wir das mal auseinander. Sie sagt, ich bin Müll. Ich soll mich löschen. Weil sie verloren hat? Oh, das kleine, du, 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 hat er verloren. Und jetzt ist er sauer. So richtig kleine Bockig. Na egal. Ich hab' ein 4K. Ich hab' gewonnen. Und? Ich hab' gar nicht geguckt. Ich hab' ein Double Pip mit allem schillernd. Bam! Hab' gerade einen Stinkefinger gezeigt. Ah. So. Ihr Lieben. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes restliches... ...restliches Wochenende? Ja, doch. Restliches Wochenende. Wir haben ja Sonntag. Und freue mich auf die nächste Folge von Dead by Daylight Killerline. Stay in! Ciao! Ciao!